Hey Leute und willkommen zu diesem Video. Heute werde ich die Proton-Rakete, die ich in der letzten Folge gebaut habe, zum Mond bringen und werde da ein Satellit und einen Lander hinschicken. Dazu müssen wir die ja erstmal bauen. Also geht's los. So, das ist schon der Lander. Der ist ziemlich klein, aber er kann halt landen. Das habe ich schon getestet. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, und das ist der Satellit. Er ist ein bisschen groß, da er halt in den Mondorbit einkehren muss. So, los geht's. Diese Proton-Rakete ist sehr stark, deshalb werde ich schon etwas früher anfangen mit der Kehre. So, los geht's. 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 los geht's. So, los geht's. So, los geht's.